Hallo und herzlich willkommen. Während entlang der gesamten Front weitergekämpft wird, ist die große Nachricht des heutigen Tages nicht etwa eine Veränderung der Front, sondern ein ukrainischer Angriff auf mehrere wichtige Brücken, deren Ausfallen den Nachschub der gesamten russischen Front im Süden gefährden wird. Dies und mehr in diesem Lagebild. Was ist die Kämpfe? Daher halte ich uns nicht lange damit auf, dass ich Ihnen jetzt vier Minuten lang Ortsnamen falsch ausspreche, damit Sie wissen, dass dort gekämpft wurde ohne ein Ergebnis. Die große Meldung des heutigen Tages ist, dass nachdem die Russen Flughäfen angegriffen hatten, auf den Sukhoi 24 stationiert waren und daraufhin am Tag der ukrainischen Luftwaffe Selenskyj sogar einen Storm Shadow unterschrieben hat, signiert hat, dass diese Storm Shadow nun eingesetzt wurden und zwar gegen sehr wichtige Brücken der Russen für den russischen Nachschub. Wir haben hier ein Bild von der Henichesk-Brücke. Dort ist die Brücke getroffen worden und hier war wohl die Gaspipeline, die ebenfalls mit beschädigt wurde und gebrannt hat. Wir können es hier sehen. Die Brücke ist möglicherweise noch etwas benutzbar, aber sie hat schweren Schaden hier genommen. Dabei ist diese Brücke eine der getroffenen Brücken. Dazu wurde noch eine weitere getroffen, nämlich die Chonha. Und hier können wir sehen, dass nicht nur hier ein Treffer war. Ich habe gelesen, die Vermutung, dass aufgrund der Position dies das Wiedelager sei. Also das ist wohl das, was die Brücken irgendwie abstützt, sodass der Treffer dort einen größeren Schaden anrichten würde, weil er de facto das Fundament der Brücke beschädigt, als dass es einen Treffer auf der Mitte der Brücke bedeuten würde. Das wiederum kann ich nicht beurteilen, aber wir können auf jeden Fall sehen, dass hier ein Treffer erfolgt ist. Während bei dieser kleineren Brücke, die direkt daneben ist, können wir in dem Zentrum eine Beschädigung sehen. Hier können wir allerdings sehen, dass sie sehr viele einzelne Pfeiler hat. Von daher würde es nahelegen, dass hier ein Angriff auf einen einzelnen Brückenpfeiler vielleicht nicht den großen Unterschied machen würde. Wir beziehen uns nochmal auf Riba, dass sie auch darauf eingehen und die sagen, die Chonha-Checkpoint sei blockiert und dabei sei auch hier ein Rauch sei aufgetaucht. Und außerdem sei die Gaspipeline hier, die Gaspipeline sei ebenfalls beschädigt worden. 20.000 Bewohner von Hinichesk seien deswegen ohne Gas. Wir schauen uns die Positionen der Brücken an. Wir hatten hier den Angriff auf die Eisenbahnlinie vor wenigen Tagen. Dabei war wahrscheinlich ebenfalls das Wiedelager beschädigt worden, so zumindest die Kommentatoren erneut hier. Bedauerlicherweise nicht mein Fachgebiet. Das heißt, ich kann das leider nicht beurteilen, wie weit die Recht haben oder ob die Unrecht haben und wie gravierend das ist. Aber zumindest Kommentatoren sagten, dass der Schaden an der Eisenbahnbrücke sehr groß sei und die Reparatur lange dauern würde. Jetzt war der Angriff hier drauf und das können wir uns auf Google Maps anschauen. Da können wir sehr gut sehen, dass auch während hier Deep State Map nur eine Brücke zeigt, es hier tatsächlich zwei gibt. Und hier ist eben ganz offensichtlich hier in etwa an dieser Stelle die Brücke getroffen worden, sowie auch hier zentral, wie wir hier sehen können. Das sind die beiden Brücken. Und das Interessante dabei ist, die andere Brücke, die jetzt getroffen wurde, nämlich die in Henichesk, die ist die Brücke hier über diese Nehrung. Hier ist diese Brücke getroffen worden. Die ist dabei vermutlich zumindest, dass es diese ist. Rein theoretisch könnte es auch diese sein. Ich kann es nicht einwandfrei auf die Schnelle identifizieren. Hierbei ist interessant, dass diese Brücke einen weiteren Verbindungsweg der Russen zur Verfügung stellt, den Russen zur Verfügung stellt, nämlich entlang dieser gesamten Nehrung hier auf der Ostküste der Krim. Hier gibt es tatsächlich einen durchlaufenden Weg über diese Nehrung, ganz bis in den Norden, die ja allerdings hier durch diese zwei Wasserläufe unterbrochen wird. Das heißt, wenn hier die Brücken zerstört werden, geht das Ganze nicht mehr. Die Straße selbst ist von den Russen wohl, die haben dort Anstrengungen unternommen in den letzten Monaten, um sie besser benutzbar zu machen. Das Ganze hier sieht wie eine klassische Ferienregion aus. Und weiter im Süden, wo die Hotels dann enden, ändert sich das Ganze zu einer Art Rollbahn, also eine Sandpiste, die natürlich nicht im besten Zustand ist, aber für militärische LKW natürlich ohne weiteres weiter zu benutzen ist. Aber dazu braucht man halt Brücken, die über die Flussläufe führen. Die Ukraine hat also ganz offensichtlich mit den großen Angriffen die großen Angriffe aufgegeben und versucht nun, wie schon bei ihrer Offensive in Kherson, erst einmal die Logistik des Feindes auszuschalten, um damit dann die Front so weit zu schwächen, dass ein anschließendes Vorrücken möglich ist. Dazu werden jetzt hier Brücken im ganzen rückwärtigen Raum angegriffen, von der Krimbrücke zu den Brücken hier bei Chongha, sowie auch hier die Henny Chase Brücke. Auch hier die Angriffe sind ein Stück weit erfolgreich gewesen. Wie gesagt, bedauerlicherweise bin ich nicht in der Lage zu beurteilen, ob das jetzt nun wirklich die Brücke außer Betrieb setzt oder ob das oberflächlicher Schaden ist. Dazu fehlt mir bedauerlicherweise die Kompetenz, aber wir können sehen, dass zumindest hier bei der Henny Chase Brücke doch der Schaden erheblich größer ist, wobei hier der Pfeiler wohl etwas weniger abbekommen hat. Im Ganzen sollten wir erwarten, dass diese Angriffe weitergehen, solange die Ukraine noch über entsprechende Marschflugkörper verfügt. Denn das Ausschalten dieser Brücken würde natürlich ihre Situation anlang der Front erheblich stärken, weil der Großteil des russischen Nachschubs eben über die Krim kommt, wo das Eisenbahnnetzwerk besteht. Hier zu den Frontgebieten hier gibt es keine Eisenbahnverbindung über das Festland. All das muss über die Krim kommen und auch die Straßenverbindungen nach Osten sind nur in beschränktem Umfang vorhanden, sodass eben ein Ausschalten der Brücken hier tatsächlich in Orichriff als Erleichterung an der Front zu verspüren sein wird. Das war schon alles für den heutigen Tag, sonst ist nicht viel Dramatisches passiert. Ich will das nicht länger hinauszögern als die, was haben wir jetzt, fünf Minuten oder sowas, die wir bislang haben, die sechs Minuten. Von daher, wenn Ihnen das gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, hinterlassen Sie einen Kommentar, was Sie glauben, wie es mit der ukrainischen Gegenoffensive weitergehen wird oder ob sie vielleicht schon gescheitert ist. Vielleicht ist das ja Ihre Meinung. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Der nächste geplante Livestream mit vollem Lagebericht, wo es auch um die Hintergründe geht, findet am kommenden Mittwoch um 20 Uhr statt. Mit anschließender Frage-Antwort-Runde wäre natürlich schön, wenn Sie da auch dabei wären. Dieser Kanal ist nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Wenn auch Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie es über die Mittel in der Beschreibung. Mein herzliches Dankeschön an alle, die es bereits tun. Und das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch noch mein herzliches Dankeschön an all jene, die den Kanal Monat für Monat stetig unterstützen, sei es als Mitglied auf YouTube, sei es als Patreon. Im Besonderen möchte ich mich hier bedanken bei Oberstleutnant Nippelzwicker und René H. auf Patreon, sowie bei den Leutnants Dekonjo, Dr. Knut Brandes, Gregor Schwarz und Plague Doctor, sowie Troll Strings. Vielen herzlichen Dank. Ohne Sie wäre es auf diese Art und Weise nicht möglich.